weißt du was mir gerade aufgefallen ist dass es drei andere gibt die bei tress heißen mies hey doch ich bin ich bin live aber nur wird das für mich angezeigt hier auch hier kommen wir machen jetzt los und ich bitte am tipp reden mein platz Nein, Joko, reicht doch. Joko, reicht doch. Joko, reicht doch. Joko, reicht doch. Zwei Likes. Mashallah. Du hast ihn noch zu kurz. Ja, Mann. Zwei Likes. Mashallah. Oh, fuck, mein Ton ist an. Das war nicht geplant. Ben? Ja? Hm, okay. Off your hands. Ein From Schumania. Ein Schumania gleich Schumania. Ah, ja. Wat Has ... To jonge. Ha, knaving- hopeless. Also du hast mich ge videotrigen. Kein ôm. Wir landen wirklich unten. Echt die Korna? Echt die Korna? Echt? Nein, wir landen in Koral... Äh, ne? Koral in Kastles, wahrscheinlich, ne? Dieser Bauern bis zum Garten. Ja. Ihr landet gefühlt wie eine ganze Welt, Alter. So geil. Freakles. I have Freakles. Dann kommt zu mir schon so eine Web, I have Freakles. Besser ist das. Fett, sag. Ähm. Mein. Das ist auf dem Mini. Meins. Crack, dann haben wir nicht was gesagt. Und was? Musst du äh? Ja. Äh, von links. Und da. Gar nicht wird gepusht. Ich soll dir von jemandem übertragen, dass du hässlich bist. Also nicht von mir. Pomo, wirst du gepusht? Los, Digga. Wie viel Appetit hat der? Trauerheit. Digga, nein. Äh. Was macht der da? Ja, was macht der da? Ja, was macht der da? Ja. Ja. Ja, ja. 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 Wo wollen wir da unten? Keine Ahnung. Die Rückenschmerzen sind so... Sollte es immer noch mal ins gehen? Was? Jetzt nicht mehr. Das soll nicht so ein Bambus geben werden. Was kriegst du? Dann krieg ich... Lass oben landen oder direkt unten? Lass oben landen, mit Heli runter gehen. Mit Heli können wir vom Berg einfach runterballern. Und was wolltest du sagen? Jan? Was... Was wollte ich sagen? Du wolltest... Du wolltest grad irgendwas sagen, aber ich hab dich unterbrochen. Äh... Wollte ich? Ja. Ach egal. Ja. 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 noch mal eine Pistole... Auf einmal. Ja. Wahrscheinlich hat der Schild... äh... Testgeber. Ich hole ihn. Ich muss nicht noch mal auf Ruhe. Jetzt hätte ich durch eine Feuer-Äh-Leuchtpistole gekillt. hatte die durch eine leuchtliche schule gequält ich muss sie damit töten aber dann kann man dann haben wir du 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 wahrscheinlich ein du von der seite ja Ouf! Ouf, das ist schon mal Ouf. Ouf, was ist passiert? Ouf, was ist das für Geräusch? Ouf, was ist das für Geräusch? Bruder, was mach' du? Ich kann nix machen, was machen du? Ouf, was ist das für'n Geräusch? Ouf, jetzt kannst du noch mal Viertelzwinner, oder? Viertelzwinner, ja. Ja, und dann hab' ich auch schon mal Viertelzwinner. Ouf, was hast du denn immer gebraucht? Was hast du denn denn? Hey, ihr Setzen los, lass mich nicht durch. Ich lass' den Tragen. Ich lass' den Tragen. Ich lass' den Tragen. Du weißt doch, der eine ist schon los, man. Dein Leben. Ja, man. Lost. Digga, und der schreibt so, mein Privatraum, Digga, was labert der alter? Im Fortnite gibt's kein Privatraum. Oder? Ja, es war ein... Wie das ist, ist einmal, dass keiner Ahnung was? So, keine Ahnung. Oder ist einfach, äh, balabala. Einfach los im Kopf. Ich lass' den Tragen, du bist ja. So, ich lass' den Tragen... Das ist schon mal. Du bist ja. und ich muss gleich mal den chat aktivieren bei mir stirbt ja gut ich muss kurz den checkt aktivieren warte ich muss gerade gucken wo diese einstellungen sind wo ich den chat aktivier du musst aufs esel mit pferd und dann macht man guck mal guck mal was wir da brauchen er mag schon mal ganz ehrlich das wegen dem plan das war unnötig doch was hast du für komische musik in dieser fälle was ist da mit dem klamm Was meinst du mit dem Clan? Ja, mit dem Intro und so, wo dann der ganze Streit entstanden ist und so. Wo du gesagt hast, ja, mein Intro ist besser als das Clan Intro und so. Also, war unnötig. Digga. Ah, meine Kutter. Ja, das musst du Elias verdanken, weil er einfach nicht gönnt. Hm, also, du hast recht, Elias. Da war er auch ein bisschen schuld, aber guck mal, du hättest auch nicht einfach so sagen müssen, eher, das Intro ist besser als das Clan Intro, sondern hättest gar nicht sagen können, hättest sagen können, ja, guck mal, ich hab ein Intro gemacht, vielleicht könnte das das Clan Intro werden und ja, dann hätten wir da drüber halt geschrieben und dann wär auch nicht dieser ganze Streit entstanden. Bist du doch ein Clan Sam oder nicht? Nein, nein, nein. Sammy und Max, die haben beide verlassen. Die haben jetzt einen eigenen Clan. so, ich hab ihn anwachsen. Ich hab, ich hab noch keine Zornspirer gehabt, kurz. Ich hab eine blau Zornspirer. Komm zu mir, da vorne ist ein Jagdgewehr, aber auch ein Gegner. Ey, komm, hol die da vorne, das Jagdgewehr, dann hast du wenigstens eine Waffe. Ich hab jetzt Waffen, aber alles gut. Ey, komm mal zu mir, ich hab Splashies. Ich hasse halt lange. Oh mein Gott, bei mir Gegner. Geil. Schmeiß. Schmeiß. Oh, hast du mich geschmissen? Ja, ja, weil ich, äh, äh... Ich hab den Witz. Der er kriegt den Pomp seines Lebens. Hier im Papa, er kann so ein bisschen Pomp umgeben. Ein bisschen Pomp umgeben. Ich kann dir nur drei geben, ich hab selber nicht viel. Hier ist ein Gegner noch. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab auch einen. Dann ist es einer. Nein. Ja, Digga, hinter mir, Alter. Ey, Junge, wie viel... Ey, ich sag doch, wo Autority landet... Ja, Bruder, reicht doch mit den Kids, Alter. Ich hab so viele... Ich hab so viele... Was ich an Elias ab... Was ich an Elias ab hasse, ist, dass meine Meinung anderen Leute nicht versteht. Ja, aber... Ach, keine Ahnung, war einfach blöd und jetzt ist es so. Das nervt einfach und er ist viel zu streng. Also mit den Strengen, da kann ich dir schon recht geben, ja. Aber... Was meint er jetzt mit Strengen, also dass er schnell kickt? Er gibt schnell Verwarnungen. Juch, Alter. Sehr schnell. Schlecht finde ich. Was? Ja, mein Weiß finde ich Schwäte, ja. Ja, gut. Miese Zeiten. Leute, eine etwas schneller als... äh... Digga, komm mal zu mir! Ach man, Digga, der scheiß losgemacht ist natürlich wieder kaputt, Alter. Der Galaxy-Kinder, der hat da übelst schnell grad geeditet. Wenn er schon sagt 30 Jahre Verwarnung und warum kickt er nicht gleich diejenige Person aus dem Clan? Ja, keine Ahnung, Digga. Ich finde das auch unsinnig. Er gibt irgendwie 18 Monate Verwarnung. Warum kickt man den dann einfach nicht direkt, Digga? 18 Monate sind ein Jahr und 6 Monate. Also anderthalb Jahre. Es ist lustig, Digga. Ja, magst du, tag ich auch nicht. Ich guck grad die ganze Zeit zwei Leute zu machen. Ja, du und, äh, Dings. Nein, ich guck dir nicht zu. Äh, Reds? Bei mir, bei mir. Ich hab aber ne Tech. Deine Nächste, was am Weg macht. Nein. Fred? Rappen? Rappen? Nice. Soll ich ankommen? Äh, ja, magst du machen? Jo. Ah, ja, 5 V-Digga. Man kennt sich anders. Ja, Gigi. Soll man dann wachs hat oder auch noch? Ey, ja, stimmt, wenn, äh, wenn Max noch ankommt, dann können wir ja auch noch mal in die Trio-Arena. Ich bin nämlich eigentlich schon mal in die Trio-Arena. Ich hab gestern 310 Punkte in einer Runde gemacht. Ah. Ah. Ich komm, ob er schon an ist. Oh, lol. Äh, Dings. Max kommt so an. Ja. Äh, Dings. Max kommt so an. Schreib mir einfach, wenn du um bist, okay? Also, schreib mich jetzt. Digga, Leviathan. Okay, irgendwie der Line-Dance, irgendwie ist ja doch nicht so schlecht. Ist halt voll schmufig. Digga, der ist komplett süß. Du hast gerade noch eine Trio-Arena, ne? Was? Du hast gerade noch eine Trio-Arena. Äh, ja. Hab ich. Oh, Digga, wot. Du hast gerade noch eine Trio-Arena, ne? Was? Äh, ja. Hab ich. Oh, Digga, wot. Warte, ich kann mir noch einen dritten Zuschauer kurz, äh, hinzaubern. Warte. Mit seinem zweiten Account. So, warte. Hallo? Ja, okay, gleich wird er angezeigt. Digga, soll ich mir diese, ähm, diese Stiefelstange kaufen? Das ist ja eine, äh, Sweater Pickaxe. Äh, geht. Ist nicht. Musst du müssen halt. Das ist immer klasse, ist ein bisschen Zeit. Ja, äh, soll ich noch ein bisschen aufhören? Sonst hätte ich auch ein bisschen... Ja, ich werde dich noch mal besuchen. Ja, die sind fliegende Korall, finde ich sogar. Wait. Die kann ich mir kaufen! Jan, zeigt bei deinen ganzen Spend. Also deinen ganzen Spend. Jan, zeigt bei deinen ganzen Spend. Jan, zeigt bei deinen ganzen Spend. Mach ich grad. Ja, ich guck grad mal live. Weiter. Und weiter. Und weiter. Nightcore hab ich eingeladen. Ja, dann lass ihn ein. Na, das ist mein ganzer Spend. Ist ganz okay. Mal, meinst du. Mal, meinst du. Mal, meinst du. Mal, meinst du. Ey, warum hast du eigentlich immer noch Night? Mal, meinst du immer noch Night. Weil ich bin ohne aufgeschwemmt. Ich bin nicht gut, aber ich bin in einem anderen Tag, aber ich hab's noch nicht verstanden. Hm, okay. Mach Kaya rein. Wollen wir nicht erinnern Trios? Vielleicht haben wir das letzte Mal auch schon. Ich weiß gerade nicht. Ob ich bin nicht so auf der Drehung? Ich bin nicht auf der Drehung, aber ich bin nicht auf der Drehung. Da ist noch ein zweiter Konzerne. Ey Mox, man hört sich bei dir doppelt. Kannst du das irgendwie beheben? Nee, man hört sich bei dir doppelt. Ich auch. Das heißt, ich bin nicht doppelt. Ich bin nicht doppelt. und auch dort das ist das Ohr, hält sich rein raus! Was? Was? Was war das? Ey, ich bekomme mich auch ein Krieg, Leute! Hallo, tschau! Okay, bitte geht's hier nochmal! Echt? Echt? Ja, ich glaube nie... Nein, bei mir nicht! mir höre ich mich immer noch doppelt der nance magst du aus den galaxy skin sehen aus aua ich bin der altigste der Mein streamer ist, Digga. Was ist das? Willkommen. Jut! Was? Nein, Nigga, 10 AP! Nein, Nigga, 10 AP! Ja, 6 AP! Ich habe den Teil des Abstandes. Ich habe den Teil des Abstandes. Ich habe den Teil des Abstandes für mich, ha ha macht das so kann man das ist nicht mein nur sich suck ich ich habe mich um ich kann da nie gleich wenn es ganz schwarz ist Egal. Zickern, zickern. Ey, Dings, Max, du machst doch, du machst, bei der PAM machst du l2 Dings, ne? Das war's egal. Das war's egal. Wer versucht, da kaum eine Worte zu holen. Ey, Junge! Der ist nicht geknt. Oh! Nein, nein, nein! Kau, nein! Oh, nein, nein! Oh, nein! Oh, wow. Und Ben macht den Trick mit hinlegen am besten. Das geht schneller. Ben. Das geht schneller, das geht schneller. Oh mein Gott Oh mein Gott! Scheiße, ich bin weg… Was ist das? Das ist das. Was ist das? Wack? Trrrr Was, Digga? 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 Ey, ich bin Clash wieder da, Jana. Mhm. Wo bist du, Digga? Digga, der Controller-Player. Da ist der Controller-Player. Der Controller-Player. Digga, ich wollte grad die Wall-Bom, Digga! Die Wall-Bom, Digga! Die Wall-Bom, Digga! Der juste schwer, ja. Die Wall-Bom, Digga! những die Wall-Bom Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen, aber ich hab's nicht gesehen. Ich habe dich durchgeführt. ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin es ist gar nicht es ist gar nicht warte kurz greife ich mich an ok jetzt geht es weiter ok jetzt geht es weiter ja ja geil ja 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 geil ja ja ich Nein, ich hasse dich! Ich hasse dich! Aber eigentlich muss ich nicht sein. Was finde ich? Was? 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 Elias? Ja. Elias und nicht den Fidsanführer und Justins Anführer. Ich habe die Das ist die Fidsanführer. Und ich habe die Fidsanführer. Das ist die Fidsanführer. Das ist die Fidsanführer. Vielen Dank. Das war's für heute. und ich werde jetzt mal eine lange Zeit und die das ist der der Du warst noch krabbelnig! Aha! Feier! Feier! Was schon? Was schon? Ja, ja! Genau! Und dann noch mal ein... Du bist so dumm! Mhm, du wolltest dich wirklich lesern. Ah, neulich war schon drin! Ja, ich hab erst gar nicht gecheckt, dass die schon drin waren. Ja, gut. Ja, gut. Ähm. 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 Nein! Ähm. Ey, Mann, lecker! Ähm. Vielen Dank. Wie ist der Hübsch, genau? Alter Digger, zum Glück habe ich schnell genug reagiert, Digger. Digger, 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 Digger. 80 Los, der da Diese 80er Schotze sind los Gott 30 Ich geb den 30er Hälschutz und dann den 300er, äh 200er Vor allem 300er, digga, was laber ich, alter Nein, digga Ey, mach doch hier, digga, setz fest und sitz die da jetzt oder was Was ist das? Hä? Warum hab ich den Mini in die Hand genommen? Ich bin eigentlich auf die AR geschwitcht Digga, Pump, ganz wichtig Digga, ich geb dir wieder nen fucking 90er Digga Wow Wow first Wow Das war's für heute. Ja, ich hab meine Postkampagne. Ich hab meine Postkampagne. Ich hab meine meine Postkampagne. Ah, ja. Ah, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah, ja. Ist die Post da? Was? Was? Was ist das denn? Ich hab meine Postkampagne. Was? Oh, sorry. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja. Frame auf der PC, legal. Ist er Party? Oh, ist er Party aus Lackesoffen? Nein. Womit, ich kann nicht mehr mit deiner Party. Ja, ich hab Discord. Hast du Discord? Ja. Und was ist denn überhaupt mit deiner PC jetzt? Die kommt in zwei, drei Wochen, äh, ein, zwei Wochen. Und du zogst gerade auf PC, äh, PC oder was? Bleib. Und dann mit PC. PC, da ist schon auf Brawl und GTA, aber PC behalte schon Fortnite. Hast du den PC schon vorher gehabt oder hast du den geholt? Geholt. Wie viel SPS hast du durchgehend? Durchgehend 400. Ja, wahrscheinlich schickst, 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 du weißt willst. Ich hoffe. Ey, guck mal, wenn du, äh, vom PC auf PC switchst, sag ich jetzt schon. Du wirst so, das ganze Zeit 60 FPS stehen haben, obwohl, bei dir 0 60 FPS vorkommen. Du wirst den, das ganze Zeit 60 FPS haben. Wie viel SPS ist das, das ist die 적이 Störung. Ja Gott. Junge, er ist da, Alter. Da wird diese Behindertgeschrift, das wollen wir nicht sehen. Junge, Mann. Ja, geil, GBL geht immer mit. Ehm, du möchtest eine kaputte GBL. Nein, schwul. Ja, ich geb dir gleich. Schönen, schwul ist. Gibt dir eine kaputte GBL, Alter. So, und die ist einmal geschlossen. Äh, ich glaub nur, Jan guckt. Ja, Jan soll mal einen einladen. Ey, Jan, lad... Ey, Jan, lad mal einen Freund von dir ein. Lass mal schon... Oh, Digga, dieses... Ah, stimmt, ich kann Spotify kurz anmachen. Ich mach ganz kurz Spotify an, ne? Deswegen wait. Ich mach dir ganz kurz ins Gesicht. Deine Mama. Deine Mama. Ganz kurz leise. Es ist ja, Digga. Deine Mama. Konzentrum, du Spaß, Digga. Jan, lad mal deinen... Jan, lad mal deinen Cousin ein. Der ist doch nicht gut, Digga. Ist doch egal. Auf einmal... Du hast einen Bambus, ich höre dich nur... Besser? Junge... Junge... Jan? Ja. Ja. Äh, jetzt? Du gegen mein... Ja, irgendwie lass es einfach. Deine Stimme fangt mich so ab, also von da ist alles tot. Ja, die Schwester... Ja, was hast du für meine... Was hast du mir nicht? Ach, egal. Äh, die ist doch... Äh, zwei... Zwei... Zwei gegen zwei? Von mir aus, Izzy. Holla. Holla, wat für Izzy, schnell mal Schaps. Kappa. Ja, ja, ja. Ja, komm her, Digga. Ja, dein Brot war und dein bist denn, gegen uns...